Servus Freunde, willkommen zurück zu World of Warcraft und wir sind schon hier anscheinend an der Höhle und da sind auch schon wieder komische, komische Käferchen. Ein Ernter, uh, wie hab ich denn das gemacht? Ich schätze mal, wir müssen hier rein, ja. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Da sind ja gleich zwei. Kann ich die Einzelnen pullen? Ja. Gott, nicht, dass was von hinten kommt, ey. Der fliegt doch die ganze Zeit. Oh, ich hab auch immer den Schutz von dem komischen Typ hier. Mann, der Hals, ja richtig. Oder kommt einer angeflogen, oder? Nee, der steht da unten. Mann, da wird es ewig, Leute. Oh, Mann. Aber es lohnt sich. Hier gibt es richtig viel EP zu holen. Aber vielleicht komme ich hier vorbei. Warte mal. Erst einmal Heal on. Und dann hüpfe ich hier mal nicht drüber, okay. Oh, ich komme sogar vorbei. Aber an dem komme ich nicht vorbei. Ah, da haben wir das Ding ja. Da steht auch so ein Typ davor. Na okay, hier gibt es drei Gegner. Und einen muss ich nicht machen. Oder vier Gegner. Und einen muss ich nicht machen. Ich finde es halt immer witzig. Die Gegner stehen da, sehen mich eigentlich. Aber solange ich nicht in Ranch komme, greifen sie mich eh nicht an. Im echten Leben wäre das nicht. So. Ah, jetzt geht es daneben, ey. Der Zauber ist ja nicht bereit. Gibt ja auch gleich, dass irgendwas nicht bereit ist, ey. Mann, oh Mann. Knack, knack, knack. Komische Käfer immer. Was blubbert da? Was blubbert da? Dann greift er mich doch eh an, oder? Oh, Peine. Hilfe, Zettok. Da kommt man sich fast so vor wie ein Altblick. Ne, so. Wow. Der ist auch von den Schabbesessen, ey. Uh. Da sollte man besser ausweichen, wenn der das Ding macht da. Wow. Heieiei, oh. Und tschüss, Mann. Wow, lass mich noch, ey. Komm, das lösen wir mal lieber außerhalb des Crisis geschehen. Ja, ist ja gut, ey. Der macht das ganz schön oft. Kann man einen richtigen Stern hier machen? Ja, ja. Den haben wir gleich. Wow. Hat's mich erwischt? Nein. Helfen wir unseren kleinen Freunden mal, der so zittert. Und schützt, Mann, du bist tot. Hä? Vor allem, der verschwindet einfach. So, heilen wir uns mal eben und dann fragen wir mal den Typen hier. Ihr seid weit von eurer Heimat. Erhältet den Kreislauf. Schuld und Sühne. Tötet acht Bären, äh, Bärenernter, der Iktik auf dem stechenden Pfad. Sammelt sieben mit Bären gefüllte Gläser von den Bärensammlern auf dem stechenden Pfad. Ach, der ist da draußen in der stechenden Pfad. So, auf, 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 in den Kampf. Ist unser Typ da draußen noch da? Ne, der ist jetzt weg. Wahrscheinlich sind wir jetzt in einer anderen Phase, sozusagen. Und mal diesen Ort, äh, befreit haben, oder keine Ahnung. Der gehört auf jeden Fall jetzt uns. Bis auf die Mobs da draußen, die immer noch da rumlaufen. So, der stechende Pfad ist da unten. Ach, das sind ja schon die Typen hier, der Ernter, der Iktik. Iktik. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass die so viel HP haben, ey. Aber, das ist halt so, ne? Ich meine, ich bekomme ja auch... Was ist das so schön, wie der Bärens fokussieren? Fick dich, ey. Ich gebe dir gleich in der Mitte, ey. Penner. Also, ähm, ich meine, wir bekommen ja auch mehr HP, um so ein höheres Level machen, aber... Das liegt auch eher an unserer Rüstung. Jetzt macht der das schon wieder, ey. Penner. Also, ich weiß nicht, wer von euch hier mehrere Mobs pullt. Also, ich meine jetzt nicht euch Level 90er da draußen. Sondern eher die Leute, die so leveln wie ich. Aber mit meiner Ausrüstung... Pfff, kann ich das verlöden. Ich meine, hierbei meistens Tank-Ausrüstung an. Aber... Wir kommen voran. So, was ist da denn? Mit Bären gefülltes Glas. Das ist alles... Uh, ist alles auf derselben Seite. Also quasi hier den Strand entlang. Uh, da haben wir auf Stuttgart so einen riesigen Typen. Der ist allerdings... Nicht-Elite. So, jetzt muss ich erstmal rauskriegen... Was die mit Bärensteinglas meinen. Ach so. Das Zeug meinen die also. Warte mal, ich muss mal ein bisschen weiter weg. Ja, ja. Jetzt macht der Bären... Fokussierung... Ach, Gott. Ja, greif nur mal an, ey. Ach, muss ich... Muss ich mich ganz nahe anstellen an die Typen. Aber nur ein Meter Reichweite, oder was? Wie die mal knacken, ey. Das hört sich so widerlich an, ey. Mann, hör auf mit dem Scheiß. Oh nein. Rotz. Rotz. Ninn. Irgendwas. Ja, jetzt greifen die mich auch noch an. Ich hab's doch geahnt. Stopp. Bubble an. Heilung an. Oh, das Ding hat natürlich auch 300.000... 50.000 Dinger, ey. Hat aber keine Rüstung. Jetzt hab ich natürlich gar nichts mehr. Keine Bubble, kein nix, kein... Kein Arsch. Toll. Genau, und umgestürmt werde ich auch noch. Im Helfel haben sie mich klein. Nur dem 100.000. Ich sterb sowieso jetzt. Stopp. Wir versuchen mal alles, was geht. Heilung, Heilung. Oh Gott. Schnell noch Heilung ausdrücken. Oh nein. Heilung. Oh nein. Scheiße, ich sterbe. Leutchen, Leutchen, Leutchen. Ich mach Sachen mit, ey. Ohne Scheiß. So, die Heilung kommt. Aber ich bin nicht gestorben. So muss das sein. Die saugen da dran rum, da und ich. Oh. Banditenfret. Alles klar. So, gleich mit dem nächsten weitermachen. Aber hier ist schon eine ziemlich üble Gegend. Da drüben kommt man bestimmt auch noch hin. Aber das hier immer nur eins an so einem Baum rumhängt. Und dann kommt auch noch so ein Ding raus. So ein Fretchen. Müsste man als Pet kriegen oder so. Das wär cool. Ernt hat der Iktik. Macht der auch mal wieder so einen Strahl. Ja, da kommt er schon. Wird gleich unterbunden. Ich hab das ja alles auf der Maus liegen. Also nicht wundern, wenn ich hier nur so komische Zeichen stirbe endlich. Jetzt wieder heilen, ey. Oh, die Heilerei nervt am meisten. Tja, wär ich stärker und schneller, dann wär das kein Problem. Hm, hier ist nix mehr. Aber da drüben vielleicht? Das geht ja den ganzen Strand hier entlang. Was ist denn das da unten? Ein Flugpunkt. Nee, hier geht es nicht lang. Hier nicht. Wir sind da oben lang. Das ist ein schon komischer Flugpunkt. Einfach so ein Flugpunkt irgendwo in der Pampa. Oh, ich will nicht gegen euch kämpfen. Weil ich muss wahrscheinlich sowieso welche besiegen, die da irgendwo wieder rumernten. Genau. Oh, was haben wir denn da? Ist das die Kaiserin Schickser? Oh, da sind ja zwei. Ödnisjag. Du hüpfst mich immer so Viecher raus. Schon krass. Da, die saugen an welchen rum? Warte mal, die knüpfe ich mir jetzt mal vor, einen nach dem anderen natürlich. Außer der eine denkt sich, no, yo, ich mach mal auch mit, ne? Ich drückte immer auf der Tastatur rum. Oh, das geht nix, weil nix geht. Ich bin immer ein wenig zu schnell. Ich tut mein Charakter immer ein wenig rum. Rumlabern. So. Eigentlich bin ich ja auch recht faul mit der Tastatur, weil ich nur mit einem Teil klick und mit einem anderen nicht. Ich stuppe ich halt mich erstmal. Hat er eigentlich schon mal ernten gemacht? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kaputt. So, gleich nochmal heilen. So, jetzt nehmen wir uns erstmal den vor. Diesen da, den Ernter. Davon brauchen wir noch vier. Und noch drei von diesen bärngefüllten Gläsern, wo wir jetzt auch schon zwei wieder hier stehen haben. Oh, wie schnell es jetzt geht, ne? Oh, shit. Ja, nee, ist klar. Oh, jetzt geht's hier richtig ab, ey. Uh, 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 uh. Vielleicht bekomme ich jetzt wieder Hilfe von meinem komischen... Oh, shit. Na, uh, 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 uh Ah, den überlebe ich, glaube ich, jetzt nicht. Oder? Stopp. Hallo? Scheiße, da kommt noch einer. Oh, das war jetzt ein Fehler. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Hallo? Na, unterbrechen. Nicht, dass der hier den Schaden macht. Machen wir mal Buse mit dem. Uh, 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 uh. So, können wir uns mal eben heilen? Puh! Ah, Buse haben wir ja auch noch. Wie ich das mache, ne? Ihr fragt euch wahrscheinlich, oh man, wie kriegst du das immer hin? Oh, wir haben noch Zeit. Noch 43 Sekunden. Puh, ja, machen wir uns noch einen Tee, ne? Buffen wir uns nochmal. So, jetzt. Ja, Leute, man muss nur seine Fähigkeiten nutzen, die man so gerade erspäht, sagen wir mal so. Gibt es mich in Ruhe, ey. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass der hier seine seine Erntenscheiß wieder macht. Gott, ich habe mich echt gedacht, ich muss sterben, ey. Aber nein! So schlecht bin ich nicht. Wie es da raushüpft, ne? Da ist jetzt nichts rausgehüpft. Na ja. Vielleicht hängt da drüben ja schon wieder was. So, warte mal, ich heile mich mal eben, weil mein Mana gerade voll ist. Hallo? Ne, da ist nix. Aber das sieht schon krass aus, der Baum, der da drüben so rumsteht. Und da ist ein Dinosaurier. Bäh. Schon krass. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen noch einen von denen und einen von denen, oder? Äh. Ach ne, das war woanders. Das war da hinten. Das war woanders. Das ernten. Da ist oben noch zwei und da noch einen. Vielleicht gibt es ja da oben noch was. Da wird es bestimmt was geben. Ah, da hängt schon was. So, den nehmen wir mal. So, und da wir die Quiz jetzt... Wow. Unser Fredchen wieder. Da wir die Quiz abgeschlossen haben, bade ich jetzt mal den Part. Oh, da kommt schon wieder einer. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von World of Warcraft, Leute. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.